Grüß Gott, Peter Kuhn von Bildungsbetrieb.de Ich möchte Sie einladen zu unserem Seminar Facebook im Bildungsmarketing am 13. Juni 2012 in Randersacker bei Würzburg. Wir sind im schönen Gasthof Beeren und arbeiten von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. In diesem Seminar geht es, wie der Titel schon sagt, um Facebook. An Facebook kommt momentan niemand vorbei, am allerwenigsten die Bildungsbranche, für die Facebook eigentlich wie geschaffen scheint. Warum, werde ich Ihnen an diesem Tag zeigen. Ich werde Ihnen zeigen, mit welcher Strategie Sie an das Thema Facebook herangehen können. Ich werde Ihnen zeigen, welche Zielgruppen erreichen wir denn mit Facebook oder über Facebook. Wie kann ich meine Kunden binden, wie kann ich mit meinen Kunden ideal kommunizieren. Das Wort Vertrauensgutbildung ist im Zusammenhang mit Facebook sehr wichtig. Ich werde Ihnen zeigen, wie wir das Vertrauen erhöhen können in der Arbeit mit Facebook. Wie wir unsere Kunden pflegen können. An dem Tag kommt aber natürlich auch die Kritik an Facebook, nicht so kurz. Und wie wir damit umgehen können, auch unsere Kunden haben Bedenken. Wie können wir die aus der Welt schaffen oder verkleinern. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Mitarbeiter mit ins Boot holen können. Ich werde Ihnen zeigen, welche Firmenregeln man aufstellen kann, sodass jeder Mitarbeiter motiviert und mit Lust an Facebook mitarbeitet. Ich lade Sie ein und freue mich, wenn Sie sich zahlreich anmelden. Ich werde Ihnen zeigen, welche Firmenger Sie den Jubiläen bespornen. Before. äett Bedenkant. Big Day.